Der Duft heißt This Is Her, aber eigentlich müsste der Duft This Is Me heißen. Ich würde sagen, ich bin sanft, aber ich bin trotzdem auch ein bisschen wild. Ich bin so ein Typ, der polarisiert, ob ich es will oder nicht, es passiert. Sadek und Voltaire ist für mich der Inbegriff von ultra-cool. Ich kann mich 100% mit der Marke identifizieren und das ist so mein Ding. Als ich das erste Mal den Plakon aufgemacht habe, war das so, wow, bang. Es muss immer was Besonderes sein und deswegen ist Sadek und Voltaire so mein Duft.